Moin Leute und willkommen zu diesem Video. Heute ist es mal wieder ganz spontan, es ist jetzt schon abends, das sieht man ja auch und ich dachte ich nehme euch einfach mal mit, weil wir hier einmal die Läden in der Umgebung eines Zimmers abchecken wollten. Ihr merkt schon, das Wetter ist nicht so gut, es ist mega windig, es nieselt auch ein bisschen, aber es ist dennoch warm und wir müssen noch einmal was essen, mal schauen was uns der Tag bzw. der Abend noch verbringt. Da ist mein Zimmer irgendwo, da drüben. So, ja, da irgendwo. Haltet den Dieb! So, wir sind jetzt gerade hier vor Nike gewählt und die machen jetzt zu. Scheiß, was? Ich wollte eigentlich nach dem Schuh für meine Schwester gucken, aber leider war die richtige Größe nicht mehr da und ich weiß jetzt nicht ob die ganzen Läden hier zu machen, wir gehen jetzt einfach nochmal weiter. Ja, ja, es nieselt jetzt irgendwie schon ein bisschen Döller, aber es ist so laut hier, ne? Tschüss! So Leute, ich habe mir gerade Socken gekauft, ich habe mir fünf Paar gekauft und die sind hier drinnen und die werde ich am Ende des Videos zeigen, weil jetzt ist es doof hier irgendwie rauszuholen und ja, weiter geht's! Wir sind jetzt fertig mit der Shoppingtour, es regnet einfach immer doller und das ist doof. Wir werden jetzt was essen gehen, wir wissen aber noch nicht wo, eigentlich wollte ich zuerst zu Subway gehen, aber machen wir jetzt doch nicht, deswegen sehen wir uns gleich beim Essen wieder. Wir sind jetzt wieder im Hotel und haben jetzt gerade gegessen, ich hatte Spaghetti Carbonara und eine Cola dazu und jetzt zeige ich noch einmal die Socken, die ich gekauft habe. Das sind einmal etwa 08-15 Socken, einmal die in weiß-grün und in weiß-schwarz, weil man bei fünf Socken halt ein Angebot gekriegt hat und ich wusste nicht, welche ich sonst nehmen sollte. Ich habe hier auch die genommen und dann habe ich hier noch einmal die, dann gleich ein grau und gleich nochmal ein weiß. Das sind die Sachen, die ich mir gerade gekauft habe. Das war alles ein sehr sehr spontaner Vlog, auch relativ kurzer Vlog, aber ich hoffe, dass das Video trotzdem gefallen hat und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und wenn ihr die Glocke anmacht. Und dann ist da mein letztes Video und dann könnt ihr da meinen Kanal abonnieren und dann sehen wir uns auch schon bald zu einem neuen Video wieder. Bis zum nächsten Mal.